Mit HAGA Z-Plan können Sie Projekte verwalten, teilen und weiterbearbeiten. Hierzu mit der Projekt-ID Ihr bestehendes Projekt laden und weiterbearbeiten. Die Projekt-ID finden Sie zum einen unter dem Teilen-Button und zum anderen auf jeder Seite des Gesamtberichtes. Die Projekt-ID können Sie natürlich auch Ihren Kollegen zur Verfügung stellen, dann können auch diese Ihre Projekte weiterbearbeiten. Darüber hinaus können Sie Ihre Projekte verwalten. Nach der Registrierung bei myHaga werden Ihnen neben der Vmb-Auswahl Ihre Projekte dargestellt. Diese Projekte können Sie weiterbearbeiten und selbstverständlich mit Ihren Kollegen teilen. Viel Spaß damit!